Und wieder mit Überraschungsgeräuschen. Amen. Für Roten Schnee ist noch ein Verschöpfchen. Jäger noch beküpfen und lassen Emotionen feiern auf. So, jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Das ist schon mal. Wir haben auch ein sehr guter Freund organisiert worden. Das Team war ein sehr nettes Team. Das kenne ich auch sehr viel. Schon sehr lange. Seit wir 8. oder 9. Jahre sind. Im Jugendteam. Den zweiten Platz haben wir belegt. Weiß-Blau-Haber.